Wobei, Amanda könnte... Ich glaube, ich muss Amanda suchen. Ich gehe mal kurz nach oben und schaue mal, ob ich Amanda finde. Vielleicht ist sie gerade in ihrem Zimmer. Maybe, baby. Oder? Du scheinst beschäftigt zu sein. Ich will mitmachen. Ein Grundriss vom... vom Theater. Hier war ich ja schon. Sag mal, hat der nicht irgendwo eine Statue? Was ist das denn? Für was ist... Eigenartiger Schädel. Der Schädel scheint Teil einer größeren Statue zu sein. Was ich hier nicht alles finde, ne? Kann ich mir noch ein Handy mitnehmen? Nö. Ich darf... Jeder darf wahrscheinlich nur ein Handy haben. Only one. Oh. What is that? Sabinian. A stellt unangenehme Fragen. Wahrscheinlich Amanda, oder? Anfangs dachte ich, dass er einfach verrückt ist. Okay, der Mann ist nicht Amanda. Dass er einfach verrückt ist, aber jetzt ergeben seine Fragen immer mehr Sinn. Wenn du irgendwas mit den Taten dieser Schlampe, Amanda, zu tun hast, musst du es mir sagen. Du musst ehrlich zu mir sein. Und ich habe sonst niemanden, dem ich vertrauen kann. Komm ins Hotel. Lass uns darüber reden und sei bitte ehrlich zu mir. Denk daran. Mann, ich liebe dich. D. Okay. Wer auch immer da jemand anderen liebt. Okay. Die kennen wir auch schon. Gucken wir mal hier. Die Motten sind immer noch da. Ha. Aber ich sage mal so. Ach. Ich bin ja auch doof, ne? Guckt euch mal die Türen an. Da weiß man schon genau, wessen Zimmer das jeweils ist. Ja, das hier ist jetzt vier von den siamesischen Zwillingen. Und hier hinten. Wobei bei ihm haben wir nichts, ne? Hier haben wir einen Mond drauf. Ja, weil sie ja Amanda Moon heißt. I'm not totally mistaken. Nein. Oh, ah, 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 ah. Ich glaube, wir haben unser letztes Bild gefunden, wo wir immer noch nicht wissen, wo wir sie hinpacken müssen. Ja, müsste jetzt in der Theorie Himmel sein. Ja, Gemälde des Himmels. Ein einfaches Gemälde, das eine künstlerische Interpretation des Himmels zeigt. Da komme ich immer noch nicht rein. Aber wo können wir die jetzt anbringen? That is the question. Ich gehe nochmal kurz einmal hier unten gucken. Ich glaube, es war ganz unten, ne? Aber hier konnte ich auch nichts betätigen. Nichts, ne? Was werden wir damit wohl machen können? Und vor allem, ich habe auch keine weitere spezielle Aufgabe. Ich muss immer noch mich einfach umgucken. Und das hier wurmt mich noch so ein bisschen. Aber wir brauchen ja auch noch irgendwo eine Statue, wo man dann das Gesicht da einfügen kann. Dann kann ich mit dem nochmal reden. Was hat denn der da am Hals? Vor allem, was hat er denn Schuhen? Seht ihr das? Was ist das? Ein ganz klein bisschen komisch. So, geht es dir schon besser? Probably not. Probably not. So, hier waren wir ja schon unten. Ich meine, wir können jetzt nochmal unten gucken, aber... Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass es unten jetzt super heftig, deftig wichtig ist. Die sind im Teppich verbuggt. Anzeigefehler. Ja, von mir ist auch das. Von mir aus auch das. Hier komme ich aber auch nicht rein. Ich glaube, ich habe ein Gefühl, ich muss irgendwas im ersten Obergeschoss machen. Quasi hier. Holy shit. Pisser. Was? Alter. Jetzt hat er seine Hautzeichen vor unseren Augen geschossen. Zwei Arschlöcher mit einem Arschlöcher. Marvellous. Vielleicht möchtest du nur eine Kette haben. Ich bin sorry. Wir haben diese Maske in Sabinian's Room gefunden und Donald hat mich das gemacht. Ah, ich bin nur schuldig. Man, du hast mich wirklich da für einen Moment genommen. Was? Nein. Das ging nicht so wie der Plan. Shit, shit, shit. Toll. Ich habe mich natürlich wieder nicht erschreckt. Schade. Ach, jetzt ist sie plötzlich mal weg. Wo sie jetzt wohl hin ist. Hä? Ah, guck mal. Magst du uns die Karte anlegen? Sie müssen... sieben Vieles, szczeg live. Oh. Jonathan. Nothing new. Er ist wie ein Blabbermouth. Und diese sind nicht typisch. Sie sind Tarot. Meine Karte sagen mir, ich werde bald wieder kommen. Ich war gut als ich gehandelt. Ich durfte, um wieder zu warten, aber nur noch an der Gespräche mit Sabinian zu Ende. Ich bin, um es를 einbeinbarer, und danke für dich wiederholfen, für mich nach vorne. Du bist nicht mit uns? Warum würde ich nicht mit uns bleiben? Vielleicht die Karten werden deine Frage stellen. Meine Tarot kann dich erhebten und erhebten Licht auf dein Geist. Ich glaube nicht in diese Scheiße. Nicht seitdem ich herausbekommen, wer Santa Claus wirklich war. Nein! Nach dem, was du gesehen hast, vielleicht sollte du dein Geist öffnest an das Unbekannte. Sitze, bitte. Ich glaube, ich muss warten, sowohl. Dann, beginnen wir. Ah, hier ist die Karte, die die Geist öffnen wird, die Geist öffnen, die dein Leben-Axis. Wie du siehst, sind sie in drei Segmenten dividiert. Der eine auf deiner Seite symbolisiert das Vergangenheit. Der eine auf deiner Seite symbolisiert das Vergangenheit. Und der eine auf deiner Seite ist das Vergangenheit. Sehr einfach. Jetzt wähle die Karten, die dir sprechen. Okay, welche Karten sprechen zu mir? Ich glaube nicht. Also das ist jetzt unsere Vergangenheit, das wäre unsere Gegenwart und das ist unsere Zukunft. Fehlt jetzt einfach random irgendwelche aus, oder? Ja. Oh, das ist dark. Upsi. Oh, primal power? Oh, primal power? Diese Energie ist eternally insatiable. Und hat sich wahrscheinlich letztendlich in dir manifestiert. Huh. Das klingt genau wie etwas aus meiner Diary. Du hast bereits etwas über dich gelernt. Zeit für die zweite Karte. Schöne es aus den anderen zwei Spären der Zeit. Klar, okay. Die Tower. Die Tower, was kriegen wir denn jetzt? Die Möglichkeiten haben wir noch. Haben wir direkt das unter die Hand? Oh, die Lovers. Ziemlich gut mit diesen Karten. Ich will jetzt auch ihre Gefühle nicht verletzen. Ich habe etwas über mich herausgefunden. Du bist ziemlich gut mit diesen Karten. Danke, Victor. Die Männer sagen mir oft das. Ich bin derjenige, der dich zu bedanken sollte. Das war eine willkommene Distraktion für mich. Ziel erreicht. Schau dich im Anwesend um. Ach so, das soll ich so mal machen. I see. Was ist jetzt unsere Neuaufgabe? What's my new task? Your new task. Na, wir sitzen jetzt aufs Klo. Keiner. Hat der jetzt echt den Klodeckel oben gelassen? Alter. Lässt du einfach den Klodeckel oben, ne? Amanda is waiting for you in her room. All right. I'll go to her now. And after that? Have you already learned your destiny? So, you believe in those Tarot cards and other magical mumbo-jumbo too, huh? Esoteric themes are full of kitsch and contradictions. But I believe in destiny is a philosophical construct. Anyway, the negation of existence of free will is a dominant theme in the world of science. I must have slept during that lesson. Amanda must be getting impatient, seeing one. Okay. So, jetzt geht's ein bisschen oinkidonki mit Amanda. Habe ich das Gefühl? Habe ich, fehlt hier nicht was? Sieht ein bisschen raus, ne? Hier könnte wahrscheinlich auch noch ein Bild hin. Weil ich finde das, ich muss ganz ehrlich sagen, zum Thema Bilder, oder Gemälde, die jetzt hier aufgehangen wurden, finde ich ein bisschen arg überladen, ne? Manchmal ist weniger dann doch mehr. Es sei denn, man lebt im Kapitalismus, da ist mehr, mehr. Ja, aber ansonsten, finde ich das ein bisschen too much. Ansonsten finde ich das ein bisschen too much. Amanda! Knock, knock! Wo ist sie? Hm, das ist eine gute Möglichkeit, um zu schauen. Erstmal in ihrem Zimmer rumstöbern. Ich sehe. Oh, was ist das denn für ein Buch? Ach, das haben wir schon gesehen gehabt, ne? Als wir sie gesteuert hatten. Das hier. Eine mysteriöse... Box. Okay. Was soll das jetzt hier darstellen? Hatten wir uns aber auch schon mal angeguckt. Warum kann ich mir die ganzen Sachen angucken? Oh! Hey! What are you? It was my voice that you heard. I called on you. I felt you. Our minds are fused with Lustgah. I was able to connect with you through visions. And yes, I know what it sounds like. But there's no other explanation for it. Magic. I'm supposed to believe it? The land of ecstasy is real. And we are its voice on Earth. You can't run away. So you should stop denying it. How am I supposed to end this? I want some peace of mind. Nothing else. Because of these visions, I lost sense of myself. I hit Lily. I fell into the trap of that bastard Austerlitz. I almost died. These visions are not a burden. A powerful force from another universe chose us. Imagine how much that means. What does this powerful being want from us? What does it want from me? It's Lauvabrak. The lustful god. I listen to his voice. Lately I've been trying to figure out why so many seeing ones have appeared. And what did you find out? I know how to solve your problems. If you only help me. What do you mean? You are not sick. It's lustful god that has a disease. And only we can help it. Come with me. Oh, I will da jetzt gar nicht mit. Fuck. Oh, ich will da nicht so. What will be, will be. Whatever will be, will be. Und Grizzly, auch dir einen wunderschönen guten guten Tag. Das Spiel heißt Lust from Beyond. Erotik Horror. Das heißt, solltest du auf Erotik und Horror stehen, ist es genau das was für dich. So, ich wollte auch kurz mal schauen, ob ich hier noch was finde, bevor ich jetzt da durchmache. Vor allem, die scheint die ja standardmäßig auf ihrem Bett liegen zu haben, ne? Hier nochmal eine Maske. Ist das dann der Jonathan, den wir unten gesehen haben? Und das soll sie sein? Ist so ein bisschen dresig, als ob ihre Brüste 3D mäßig wäre, ne? So ein bisschen. Naja. Ich als Gamer kann man das essen? Ein bisschen Erotik geht immer, ne? Ein bisschen Erotik geht immer. Vor allem in Games. Vor allem in Games. Aber ich verstehe, was du meinst. So, gehen wir mal durch. Glaub ich. Ja, doch. Ohrenbetäubend. Ohrenbetäubende Schreie gellen hinter den Toren von Nutra hervor, während immer mehr Sehende vom Ruf des Gottes der Wolufs erweckt werden. Die Zeit ist gekommen, im kosmischen Leib zu ruhen. Boah. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Im kosmischen Leib. Die Bilder an der Wand sehen auch aus, als wären das alte Bauernregelnbilder möglich. Anstatt die... Wobei... Ne, warte, wie hieß das? Hier ist nicht mal irgendwie ein Bild von Van Gogh oder sowas? Die Blowperiode? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine gut, die rote Periode wäre sehr naheliegend. Ja, aber gut. Es ist so bescheuert. Oh, hi. Long time no see, Amanda. Welcome to the Land of Ecstasy. I feel different somehow. And for the first time, I'm not naked. When you transition through a portal, you don't leave any part of yourself on Earth. That includes all your belongings. Great. Finally, I have something to protect myself. Before you start swinging your letter opener, at least try to understand the world around you. Now, follow me. Watch out for the Manags. A few hits and you may not make it back home in one piece. Manags. You're having you around. You are. It's just that even I can't tame everything here. Okay. Normalfall, viele, viele Frauen, die neigen dazu, schnell zu frieren. Also wenn man jetzt nicht gerade auf ein Date ist, wird man glaube ich dann so tief ausgeschnitten nicht rumlaufen, oder? Ja, oder wenn man auf Twitch am Streamen ist. Auch das ist natürlich sowas möglich. Ja, normalerweise sitze ich auch immer tiefdekotiert hier. Oh, Moment. Greifen die jetzt an? Ich glaube, ich will jetzt nicht rangehen. Warum rennt die denn? Bei schmutzigen Gedanken wird der warm? Yes. Ich habe keine schmutzigen Gedanken, ich habe bloß sexuelle Fantasie. Aber wieso? Okay. Okay. Ich sehe keine Schönheit in es. Sie sind ernsthaft? Das Ort ist die Definition von Terror. Ein einzigartiger Schritt und du bist weg. Oder worse. Die Amazonie kann auch gefährlich sein. Aber es ist noch schön. Die Tiere in der Amazonie einfach wollen zu leben. Aber hier, schweig fliegt in jedem corner. In der Gesichter der Absoluten, gibt es kein Schweig als Schweig. Es gibt nur Universen und ihre Lawen. Das ist Lustgahr. Wir sind nicht, hier die Juden zu passen. Wo gehen wir denn? Zu Zuthrar. Und obwohl wir dort schneller können, wissen wir, dass wir ein bisschen schweigen. Weil ich will euch so viel zeigen. So ein Straftäter, I don't know. Lustgahr. Oh Gott. Kannst du einen Gem mit dieser gewaltigen Form? Wir müssen das Garten öffnen. Schau dich jedes Mal, dass du hier bist? Passage öffnen, öffnen, sogar die Positionen verändern. Lustgahr ist hier. Deshalb werden wir das ganze Welt nicht wissen. Ich bin bereit. Okay, öffne das Tor. Hier kann ich ja auch irgendwas machen. Kann ich da einfach mein Messer reinstecken? Nö. Okay, ich glaube wir müssen hier hoch, Freunde. Wobei, warte mal. Haben wir hier noch was, was wir mitnehmen können? Wächterfigur. Oh no. Es gibt hier scheinbar unterschiedliche. Es gab zuerst Clowns. Ja, dann gab es ja diese... Gottheit, Lustgahr, bla bla bla. Labrak, irgendwie wie der heißt. Figuren. Jetzt gibt es hier nochmal Wächterfiguren. Oh. Ich will hier nicht jedes Mal alles suchen. I don't want to. Was ist das denn? Kristall. Kalt in der Berührung. Und er vibriert. Oh, vibrant. Ich sehe. Vibrant Crystal. Das wäre dann höchstwahrscheinlich jetzt da unten reinstecken können. Also nicht bei ihr jetzt. Ja, sondern hier. Glaube ich. Oder eben auch nicht. Komm mal, öffne das Tor. Vielleicht doch. Hier. Bei ihr. Okay. Put it in. Das Element passt. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Magst du nicht mal die Maske ausziehen? Okay. Ich gehe schon vor. Alles cool. Ach. Jetzt ist die am Spazieren, ne? Gerade am übelst vorrennen. Und jetzt ist die am Spazieren. Sie schon kommen. Ich gehe gleich drauf. Die beschützt mich aber kein bisschen. Oh. Ich warte vielleicht doch mal auf sie. Äh. Jo. Kommst du? Was machst du? Seine Essence in der puresten Form. Wir. The Seeing Ones. Fused with Listgah. Are especially sensitive to it. With a little practice. We can direct it's flow. In a moment I'll show you what I mean. Okay. Wie will man da ruhig halten vor dem Haus noch? Oh. Ja komm. Mach ihn ja. Siehst du dieses Kristall? Es ist eine Werkzeuge des Omniscientes. Füllen sie mit Essence aktiviert ein Mechanismus, enthält eine Erinnerung, die das Gebäude wiederkonstruiert. Wer sind die Omniscientes? Wir können das später diskutieren. Für jetzt? Sehen. Sehen. Hm. Suche Power. Das ist interessant. Du kannst es auch tun. Komm. Äh. Ist es sicher? Komm. Äh. Ist es sicher? Komm. Hä? Gott. Die haben alle immer so komische Namen, ja? Ugraeka. Das klingt irgendwie alles so ein bisschen. Klingon. Klingonisch. Klingon. So. Ist nicht Premium. Kommolo in 번 triumphieren? Wie ist es? Felt mir statt, ob die Levant. Tangen. britte. this ist guto. Versuchérieur. Abs Daha mehr. riesgo, dann zurück mit mir. Was? Wie soll ich jetzt absorbier? Habьet ihr den Helten, und imagine die Energie, die in deinem Körper fliegt. Es scheint zuerst zu sein, aber du bist ein Single. Du kannst es tun. Genau. Oh, hier ist wieder so ein Vieh, guck mal. Ich glaube, ich muss es rüber, rüber versetzen, oder? Warte mal, wie kann ich das jetzt da steuern? Soll ich es irgendwie anfassen, hat er gesagt. But how? Muss ich hier irgendwie was tatscheln? Warte mal. Also ich gehe davon aus, dass ich die Energie rumleiten muss, dass ich die Energie quasi bis dahin leiten muss. Dann wird wahrscheinlich dieses Fliegeviech, also diese kleine Motte, da mitfliegen. Wobei, hier kann ich auch nochmal lang. Fangen wir uns mal hier. Ah, oder ich muss das zuerst antätscheln. Das könnte hier auch möglich sein. Ah, I see. Tachi, Tachi! Absorbier, etwas Essenz. Es funktioniert! Fuck! What am I even doing? Yeah, I don't know. But it feels great. It feels so fucking great. Hello! How was it? It was surprisingly easy and... I feel fine. More than fine, actually. I knew you could do it. Okay, let's focus on the task at hand. Look at these obelisks. We can use them to our advantage. But how? They served as transmitters of energy in Lustga. They can still be filled with Essence. Vorne loses Essence as it enters maturity and longs to be replenished. So when it senses a gathering of Essence in the vicinity, it should gravitate towards it. And I'm supposed to do that? Fill it with Essence? Imagine it leaves your body and goes to the obelisk. If it fails, you will lose your energy and you'll have to look for another source of Essence. Give it a try. Hmm, next time you'll do better. Maybe you're not as talented as I once thought. It will slowly come, but you'll get it eventually. What do I need to do? Do I need to leave something? Wait, wait, wait. I'm ready to leave the left hand. Do I need to leave something? Do I need to leave something? Yeah, great. I don't have any Essence anymore. I need to leave something new or what? Okay, I'm going back again. You've been worried. Do we have another Essence? I need some new Essence. I need some new Essence. Also, with letters it didn't go already. No, come. Fill me up with power. I'm ready to leave something new or... Oh, wait. You, as you can see, you're a natural. What's next? Ich versuche mal den hier anzumachen. So, da kütter, oder? Oh yeah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Calm, calm. Ach, jetzt muss ich die... No way. Also scheint immer nur einer angehen zu können. So, wunderbar. Komm mal rüber. Calm. Skillcheck, ja. Ja. Gewohnheitsmäßig wollte ich sie auch mit Leertaste machen. Aber nun ne. So, mach dich ab. Darüber. Ich muss mal wieder mitlaufen. Sehr schön. Merkt wahrscheinlich wieder ein bisschen... Ah! Au. Stopp, wir sind in Lust gar. Ich muss das ein bisschen ass betonen. Au. Give me the power. Give it to me. Kann ich hier sonst noch was machen? Kann ich nach oben. Aha. What is that? Was zum... Zum lesen ist wahrscheinlich. Wie nach dem Befall geschaffenen Welten starben wie jene vor dem Befall. Und waren nicht in der Lage, immer während des Lebens aus sich selbst zu erschaffen. Die Leere wandte sich gegen die Transformation und so schufen die Demiurgen die Idee der Dreifaltigkeit, um weitere Singularitäten zu säen. Jedes Reich erhielt eine Dreifaltigkeit. Avatare der Demiurgen, die ihre eigenen Kräfte replizieren konnten. Jede Dreifaltigkeit enthielt einen Initiator, einen Führer der Essenz und einen Befreier, der dafür verantwortlich war, Ideen in die Tat umzusetzen. Zusammen führen sie die Welt in Richtung Entwicklung und Ewigkeit. Lauwabrak, Akmlale und Ugoregna hatten das Erbe der Demiurgen angenommen. Folgen wir ihrer Brillanz bis ans Ende der Zeit. Jede Dreifaltigkeit auch auch Vielen Dank.